Mina Kaisa Altonen ist eine finnische Schauspielerin. Leben Altonen spielte Rollen in London's Burning und als Ingrid Kutz in Dream Team. Daneben sah man sie in Kutikatu, The Bill Dalziel in Pesco und Lex The Dark Zone. Ebenfalls in einer kleinen Rolle als Nachrichtensprecherin wirkte sie im James-Bond-Film Der Morgen stirbt nie mit. In Irland drehte Altonen Werbespots. Filmografie 1990 Portiquil Totai Vasen 1991 Army of Zombies 1991 Vepeli Körmia V. Tena Leset Fekit 1993 Eedin Töte 1994 Gladiatorit 1995 zu 1996 Kutikatu 1996 Wolken ziehen vorüber 1996 zu 1998 Landens Burning 1997 1997 James Bond 007 Der Morgen stirbt nie 1998 zu 1999 Dream Team 2001 zu 2002 Lex The Dark Zone 2012 The World of Hemingway